verbrennungsanlage ach ja von da sind wir gekommen ja ja da kommen wir die treppe nicht mehr hoch sich ein kasten zum bau ja klar was soll hier nicht stehen nichts drin nichts drin wir haben was zu verkaufen sehr gut 18 warum wir damit anfangen leute also hier können wir uns das nicht leisten das können wir uns leisten bricht den arm eines angreifers wenn sie den nahkampf angriff eines officers blocken bitte verantwortungsvoll anwenden wäre nicht schlecht da die officers jetzt ja wieder da sind mit dem handschuh also brauche ich nicht schnick schnack das sturmgewehr das tut mir ganz gut 27 wollen wir für das letzte upgrade okay die knarre haben wir noch gar nicht die macht aber auch kein schaden ist ja schwachzug da hier ist schon wie 45 und dann noch mal 45 die leute ja kommen wir nicht nix daneben ist ein health pack könnten für 500 können wir uns noch eins mitnehmen wer die wahl hat hat die krölle gebe ich dir recht ja weil es bringt irgendwie nichts das alles noch da aufzurüsten wasser noch nicht aufgerüstet ist da macht keinen sinn hier wird es vielleicht sinnvoll sein ja kommen wir mal da ist zum sparen das ist der schluss jetzt bewegen uns gerade zum zum endgegner deswegen also dort nützt nichts man die 400 bieten die behalten war und wir nehmen uns hier noch eine health pack mit schießen uns das gleich ins vieren dann pass auf was wir jetzt machen haben sie eine auswahl so jetzt können wir nämlich auch nicht mehr so viel wenn munition revolver brauche ich eigentlich nicht unbedingt kommt weg damit und dann nehmen wir uns noch ein health pack mit auch liegt mit so welche war farme sturmgewehr okay gut das blöde blöde bei den health packs ist halt auch dass die so lange brauchen bis die in die injiziert sind auf auf in den kram aber mit einem boss fight sich da was zu spritzen ist schon fast selbstmord sonst nix kleines preview ein stuhl was soll jetzt was soll man dort haben alles was wir brauchen kommt los geht's auf geht's mit getöse von hinten in die kennst du und kann sagen ich höre dinge schnell 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 nicht verwandeln was haben wir denn hier den rei hast du selbst zu ende gebracht was ist mit der lebt noch glaube ich nicht ohne kopf und so und wer wer will zuerst sterben diese großen räume wieder nach und was ist das testlabor kommen wir nicht rein ok gehen wir mal hier langs auch schon wieder der idiot schon das vierte mal jetzt ne schnell 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 haben wir nicht vernetzt der typ auf dem fahrstuhl wie lange ich da gebraucht habe der kam jetzt mittlerweile noch zweimal eine nachricht wurde zurückgehalten wegen mobbing wenn die nachricht zugelassen wird jetzt im chat hinzugefügt gott also müssen streng das ding warte mal jetzt nicht abstürzen erlauben ein strenger bot hier ok jetzt müssen wir uns was überlegen wir können den da rein schubsen wir können auch da rein schubsen da ist eine gaskartusche damit können wir ein bisschen kaputt machen alter der uns weggeballern so und dann hast du wieder keine zeit um das hier zu machen weg weg ich muss mit wandern das war mit dem das war's mit dem köpfchen aller welchen knoten in der zunge ok ok dann noch mal er hier du kannst dich heilen wenn der gegner auf die knie ist ja aber wenn er auf die knie ist dann muss ich eine überziehen damit er den kopf verliert wenn er dann wieder auf die knie geht und ich rätsel wieder eine über dieser tod das ist das problem also die gaskartusche hat wirklich nicht sonderlich viel gebracht muss ich mal so anmerken und nachladen auf jeden fall aber sehe ich hier wie viel schaden das ding macht natürlich nicht ich meine die schroth flinte ne komm gerade eben haben wir den auch mit dem sturmgewehr einfach weg gemacht man 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 irgendwas ist immer ja genau irgendwas ist immer hey alter ok jetzt geht er gar nicht auf die kenne der lange arm des gesetzes lassen lass mich lass mich ohr seid ihr nicht so fies leute wo ist er das reicht nicht oder hallo schnell 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 Oh, wow. Oh, fuck, Alter. Oh, ausgerechnet. Die Musik lässt nichts Gutes erahnen. Rosa. Oh, jetzt. Du Sausack. So, Energy. Das ist eine Schrottflinte, weil die Schrott ist ein Nachpass. Quark. Das ist ein Sturmgewehr. Ja, geht doch, dass du dich immer so anstellst. Ja, ja, aber ich, ne? Pessimist. Kurz die Lage checken hier. Wenn der ist aber noch so einer kommt, ne, dann haben wir ein Problem. Beziehungsweise ich. Credits. Na immerhin. Da kommt jetzt einer raus. Und erschreckt mich. Oh, hier. Hör dir das? Dieses Mimimi. 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 Kennt ihr das Video auf YouTube von Bika? Von der Muppet Show? Wo er das Mimilied singt. Das ist geil. So. Irgendwie habe ich Angst. Warte, ich trinke mal noch einen Schluck. Proboost. Check den Shop, by the way. Jetzt. Einfach Ausrufezeichen Merch und dann auf den Link klicken. Jupp, habe ich mal in einem Schiff vorgespielt. Ja, geil. Geil. Das schicken wir uns seit Jahren immer hin und her. Wir liegen dann, der anfängt, da rum zu heulen. Habe ich dir direkt den Link geschickt. Allein dem Level sind die aber echt in jeder Kiste, ne? Und dann hat er noch nicht mehr was dabei. Alles klar, Maverick. Mach's gut. Hier haben wir noch was versteckt. Danke fürs Reinschauen. Und Wetter? Nö. Nö. Das Holz, also das ist Dachgeschoss hier, ne? Das obere Stockwerk. Alles mit Holz verkleidet. Und bei dem Temperaturwechsel, der da mehrfach am Tag stattfindet, da knackt das Holz immer so laut. Ich denke immer, da ist dann irgendwas. Gartens of the Galaxy. Oh. Sieht aus, als wäre ich hier schon gewesen. Verteidigungssysteme. Oh, nein. Nee. Verteidigungssysteme? Gehen Sie rein. Schnell. Ja, wie denn? Halt, da liegt was. Erst den Loot mitnehmen. Okay, und los. Low Forest. Subjekt 324-980. Ui. Hören Sie mich? Nicht hören. Hört ihr mich? Ich kann es hören. In meinem Kopf. Es soll aufhören. Es soll aufhören. Mhm. 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 Warum habe ich das Gefühl, dass hier jetzt der Boss-Fight ist? Was steht denn da? Authorized Personal Only. Mhm. Mach uns ganz... Ob es ein Falsches ging? Mhm. Oh Gott, Achtung. Das Labor im Herzen der Anstalt. Ja. Ganz mieses Gefühl. Ich sehe auch keinen Loot, so auf den ersten Blick. Oh, die gehen wir mal gucken. Hallo? Kommst du mich gleich besuchen? Oh. Das ist die... Triple X-Abteilung. Verstehe. Deswegen hat er auch keine Klamotten an. Hallo? Sie wollen schon aufrecht raus? Wie lange es dauert, bis man so ein Ding wird? Ja, dafür sind Labore doch da. Um etwas zu erforschen. So. Was mit drin? Experimental angefangen. Na ja, klar. Wie lange machen die das hier schon? Steckt die UGC da auch mit drin? Okay. Eisenkopf. Was mal ein gutes Album war. Von einer uralten Band namens Schweizer. Was haben wir hier gemacht? Was haben wir hier gemacht? Aus den 90ern. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ein Eisenkopf. Die Erfinder des rollenden Ehrs, bevor Rammstein das geklaut hat. Den Stil geklaut hat. So. Alles durchgeladen, ne? Jawohl. Okay. Haben wir noch Health Pack? Nö, haben wir nicht. Okay. Oh, oh. Was machen Sie? Ich sag dir, was machen Sie? Das ist nur ein Hemmstoff. Verlangsamt die Infektion. Sagen Sie, können Sie heilen? Kann ich. Mit Ihrer Hilfe. Aber Sie müssen mir vertrauen. Sie verschwenden Zeit und die hat sie nicht. Also, gut. Tun Sie, was Sie tun müssen. Bald wird sich alles aufklärt. Dann erklären Sie mir erst mal das hier. Sie kennen die Aufnahmen. Sie wissen, was auf Europa war. Keine Ahnung, was auf Europa war. Ich war nicht da, als der an Gericht der fand. Nein, aber Sie. Wollen Sie es wirklich erfahren? Ja, verdammt. Sonst würde ich doch nicht fragen. Blöde Kuh. Was haben Sie gemacht? Ich gab Ihnen, was Sie wollten. Den Fluch des Wissens. Ihr Chor ist jetzt mit Ihrem verbunden. Oder wird es sein, der Sync-Prozess... Hardcore. Die Daten werden nicht direkt übertragen. Dafür aber Ihre Erinnerungen. Sie kriegen Ihre Antworten. Na gut. Und wie können wir Sie heilen? Nehmen Sie das und stellen ein Gegengift her. Aber Sie brauchen eine Probe von dem Alpha des Worden. Von seinem was? Vom Ziel dieses... Wahnsinns. Seines albernen Protokolls. Oh, fuck, Alter. Während des ursprünglichen Ausbruchs tat sich ein Kolonist, das Subjekt Null, dabei hervor, den Biophagen zu synthetisieren. Zu kontrollieren. Ja, das weiß ich von der Aufnahme. Etwas übergrößer. Stärker. Der nächste Schritt menschlicher Evolution. Leider wurde er bei der Arkes-Sterilisierung getötet. Und nun will der Worden die Bedingungen des ursprünglichen Ausbruchs replizieren. Genau. Und so Subjekt Null neu erschaffen. Als Subjekt Alpha. Indem er das Virus hier freigesetzt hat? Wie er immer sagt, Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Aber wie kann er das denn? Das lässt sich niemals vertuschen. Er ist nicht allein. Er ist Teil einer Gruppe. Jahrhunderte alt. Sie wollen die Entwicklung der Menschheit. Sie... Sie wacht auf. Seien Sie vorsichtig, Jacob. Ist das Gegenmittel hergestellt, beinhaltet es die reine Essenz seines Alphas. Er wird es mehr wollen als alles andere. Es ist der Schlüssel zu... Und was ist mit Ihnen? Ich war an all dem hier beteiligt. Ich kann nicht entkommen. Ich gehöre nach Black Island. Och, wie tapfer. She-Ra. Du bist es. Ja, komm jetzt. Was war los? Wo bin ich? Ist egal. Wir haben, was wir brauchen. Bring die Szene. Los. Das klingt jetzt aber echt. Nachdem bringen wir es zu Ende. Als wäre da etwas in meinem Kopf, das die Kontrolle übernimmt. Rolltet euch. Wir sind bald da. Was macht da Geräusche? Was ist er das? Hallo. Ja, da wurde nicht nur sterilisiert, da wurde sogar kastriert. Da würde ich auch nicht mehr leben wollen. Ist das jetzt anders, wenn einer mit dem Zippo spielt, oder? Körperwelten, ja genau. 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 Oh, Zippo. Alter. Erinnert euch mal an den Anfang, wo wir abgestürzt sind mit unserem Raumschiff. Da war doch unser Co-Pilot, der immer mit dem Zippo gespielt hat, der dann gestorben ist. Alter. Werden wir da, der Hock da? Äh, steht da sogar. Könnte auch so eine geile Albtraum-Sequenz sein. Nichts, wir sollten weitergehen. Die Pfeile sind aber auch sehr verwirrend. Gehen Sie den Gang runter und folgen Sie den Pfeilen. What? Der Aufzug ist dort. Der müsste uns zum Turm hochbringen. Das tut der aber bestimmt nicht. Ach, Turm. Nee. Nee, das Level ist ja schon Turm. Das ist der Schluss. Oh, wie gern würde ich jetzt noch Liquid holen. Oh, das ist echt leer, ne? Alle einsteigen. Kommen Sie, rinnen. Kommen Sie ran. Wer will noch nicht? Wer hat noch mal? Ja, ne? Es ist, wie es ist. Schiefer Arsch. Schiefer Schiss. Genau. Ganz genau. Oh, Blumen. Fuck, Alter. Ich habe schon ein bisschen Bammeln, ne? Wir haben das Penthouse gefunden. Moin. Sollt ihr die Heizthermosate ablesen? Was soll das sein? Das ist definitiv nicht die UJC. Ja, schick. Wer ist es dann? Was kostet das kalt hier? Heute Nacht. Während das Gefängnis schläft, werde ich die Dinge selbst in die Hand nehmen. Ich werde mal das Experimente freisetzen. Genug geredet. Jetzt werden wir handeln. Und ich weiß, dass ich im Recht bin. Computer. Kalisto-Protokoll initiieren. Also wenn der Hörner hat, dann könnte er auch ein Gitarrist von Ghost sein. Aber hat er nicht. Was haben wir hier noch? Das Buch er noch. Hunde, Loki. Das ist wahr. Das ist wahr. Der hinterlistige Loki. So. Ey, Leute. Ich habe vor jeder Tür Panik. Das ist doch Absicht.